Johanna Carl-Laurie war eine deutsche Schauspielerin, Leben. Sie war bereits im Alter von 14 Jahren bei Wanderbühnen-Darstellerin unter anderem von Rotkäppchen und Rumpelstilzchen. Ihr erstes Engagement erhielt sie 1918 am Stadttheater von Halberstadt. Ferner spielte sie bis 1922 in Konstanz-Lindau, Köslin, Leipzig, Aussich und am Münchner Turneteater. Zu ihrem Repertoire gehörten Besonderstücke von Shakespeare, Schiller, Hauptmann und Wedekind. Nach der Heirat gab sie für viele Jahre ihren Beruf auf und wurde Mutter von zwei Söhnen. 1972 kehrte sie auf die Bühne zurück und erhielt ein Engagement am Stadttheater Konstanz. 1979 stand sie auf der Schaubühne am Leninerplatz in Robert Wilson's Death Destruction in Detroit. 1981 wirkte sie bei den Salzburger Festspielen in Dantons Tod mit und 1983 war sie am Hamburger Thaliertheater in Michael Kramer zu sehen. Für die freie Volksbühne Berlin verkörperte sie 1987 Annina Anna Bonazzi in der deutschen Erstaufführung von Wertmüllers Liebe und Magie in Mamons Küche. 1988 den Arzt in Viktor oder die Kinder an der Macht, 1988 die Priesterin und Luise von Linkersdorf in der Uraufführung von Hans Neuenfels der tollwürdige Mundstationen eines Europäers. Außerdem spielte sie an den Schauspielbühnen Berlin. Daneben wirkte sie in mehreren Film- und Fernsehproduktionen mit Filmografie.